hi und herzlich willkommen zu einem brandneuen video du wirst dich vielleicht wundern wo ich hier heute bin ich bin in meinem privaten büro im home office und du wirst dich vielleicht auch wundern vor was für einer wand ich hier stehe und was die zettel an der wand sollen das hier sind über 370 erfolg strategien möglichkeiten wie wir den umsatz steigern können unser marketing und die kundenbindung verbessern können und wie wir als unternehmer produktiver werden und erfolg nahezu anziehen wie können wir es schaffen als unternehmer in kürzester zeit deutlich erfolgreicher zu werden genau darum geht es in all diesen strategien und ich habe diese strategien von all meinen dutzenden von mentoren mit denen ich in den letzten zehn jahren zusammengearbeitet habe insbesondere alexander christiani alex rusch alex riedel peter safchenko dirk michael lambert und vielen weiteren und ich habe von diesen mentoren und unternehmern gelernt wie unternehmertum funktioniert wie ich mich von meinem mindset so ausrichten kann dass ich den erfolg nahezu anziehe und dass der erfolg im grunde das logische ergebnis von dem ist was ich tagtäglich tue du findest hier sämtliche strategien aus allen möglichen bereichen mitarbeiter delegieren reduzieren im bereich glory our body system dream day und viele dieser strategien findest du natürlich auch in meinem buch erfolgsfaktor mentoring auf den letzten seiten bei den bonus kapiteln habe ich dir einige dieser strategien reingepackt und wenn du zu einer dieser strategien eine frage hast oder die strategie detailliert kennenlernen möchtest dann kommen in die wöchentliche unternehmer show dem online roundtable für erfolgreiche unternehmer lass dich von mir kostenlos coachen und hör dir die strategien an so dass du von woche zu woche dein mindset in die richtige richtung bringst größer denkst als bisher weil du mit unternehmern agierst mit denen du deutlich erfolgreicher werden kannst ich freue mich drauf geh jetzt auf die internetseite www.torstenschäffer.com slash schrägstrich show und dort findest du alle weiteren informationen ich freue mich auf deine teilnahme bei der wöchentlichen unternehmer show